Brauch ich den jetzt oder nicht? Zurück bei Super Mario Maker 2. One Level per Day. Level 1. Ne Welt 1. Level 2. Die Säure. Klassisch kurz und knackig von Nut Alps. Ein Level wo die Säure steigt und sinkt. Also sie sinkt. Also. Der Weltrekord liegt bei 28 Sekunden. Oh mein Gott. Lieutenant Victory. Die Abschlussrate bei 11,01%. Wollen wir uns das Ganze nochmal angucken, oder? Schauen wir doch mal rein, was uns da so erwartet. Überfreut euch, die Säure sinkt. Hä? Achso. Oh, der war gemein. Ich wollte gerade sagen, wie weit steigt sie denn, die Säure? Ach, die sterben nicht durch die Säure? Ich stelle mir jetzt wieder hier eine große, explizit Kernfrage. Brauche ich den oder nicht? Und will ich mich mit den Cheep Cheeps anlegen? Ja, will ich. Brauche ich den jetzt oder nicht? Ich glaube nicht, dass ich die Münzen brauche. Weil die Münzen einfach in dem Augenblick nur mir helfen, dass ich schnell ein Bum-Bum vorbeikomme. Aber das war's dann auch. Was, kriege ich hier ein Feuerroten Yoshi? Vielleicht nicht jetzt noch für Aufgaben. Ähm. Hätten wir die Münzen jetzt... Sagt nix. Hashtag dumm-dümmer-Tro-Play. Oh, ist das peinlich. Oh mein Gott, ey. Boah. Das war jetzt mega peinlich. Das war jetzt echt mega peinlich. Das war das... Äh. Boah. Ich weiß gar nicht. Das kann man gar nicht mehr übertreffen, oder? Ja. Ja. Boah, wie peinlich, Leute. Der war wirklich unnötig, der tut. Also, vom sich her ist das Level in Ordnung gewesen. Nun, alles muss man sagen. Es war auch schön aufgebaut. Ähm. Knackig fand ich's jetzt nicht. Man konnte wirklich in dem Augenblick richtig durchrushen. Also, ich könnte das jetzt auch nochmal machen. Ähm. Andererseits, wie gesagt, wozu brauche ich die roten Münzen? Um den Bum-Bum-Kampf zu umgehen. Auf der kleinen Strecke. Weiß ich nicht, ob das jetzt so wirklich, äh, ratsam ist oder empfehlenswert. Trotz alledem bedanke ich mich ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trott Reihen. Tschö, tschö.